Wo bin ich stehen geblieben? Da bin ich stehen. Also heute Nacht muss ich total blau gewesen sein. Ich habe das Gefühl, kein Tropfen Blut im Alkohol. Wie ich heimgekommen bin, ist mir ein Rätsel. Wie ich in mein Bett hinein und dann diese Träume... Erzählen Sie, Herr Ministerin, da war ein dunkler Raum im Traum. Da war ein dunkler Raum, da war ein ekelhafter Kerl, Spanier, wie komme ich auf Spanier? Ein Boxer, ja? Und mit ihm habe ich dauernd Boxkämpfe aufgesehen. Wie Herr Mimi? Im Traum. Plötzlich haue ich ihm eins mit meinem Kinn in seine Faust. Ich reibe auf, er haut mir eine herein. Ich nicht faul, haut er mir noch eine herein. Und rennt davon, ich immer vor ihm her.